Software hat also zweifelsfrei einen sehr großen Einfluss auf die Welt, aber wir haben nicht so großen Einfluss auf die meiste Software. So, how much do you need to think before you make a decision? Facebook als Unternehmen sicherlich zu groß und zu kritisch ist und man nicht eine so große Verantwortung letzten Endes auch für das Funktionieren von Wirtschaft und Gesellschaft nur in die Hände von einem Unternehmen gegenseitig ist. Data Collectives enable us to regain meaning, to re-understand what is going on with our personal data in a sustainable way, which gives us back autonomy. And they should exist on top of open and properly licensed infrastructure. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Die attendance? die funktioniert just !